An der Friedrich-Schiller-Universität Jena kannst du viel für deine Gesundheit tun. Was genau, das zeigt dir das studentische Gesundheitsmanagement. Dabei kannst du selbst Expertin und Experte für dein gesundes Studium werden. Wir starten mit dir entspannt in den Tag, ob mit einem Mindfulness-Kurs oder mit einem Yoga-Flow, ob in Präsenz oder digital. Wir bieten dir viele Angebote, mit denen du deiner körperlichen und geistigen Fitness etwas Gutes tun kannst. Wir wissen, dass dein Studienalltag manchmal mit viel Sitzen und Lernen verbunden ist. Zusammen mit dir möchten wir deinen Alltag erleichtern, z.B. mit Tipps, wie du ergonomisch deinen Arbeitsplatz gestaltest und deine Unitasche packst. Vor deiner nächsten Vorlesung kannst du mit unseren gesunden Snack-Ideen eine Pause einlegen und hör doch mal in unseren Podcast rein. Intensive Arbeitsphasen in der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena lassen sich mit den neuen Walk-A-Lusions abwechslungsreich gestalten. Einen kühlen Kopf im Studium zu bewahren ist trotzdem nicht immer einfach. Doch mit uns kannst du lernen, Probleme als Herausforderungen zu betrachten, gesunde Pausen zwischendurch zu machen, mit Achtsamkeitsübungen gelassener durch deinen Tag zu gehen, die Kraft der Natur beim Waldbaden für dich zu nutzen oder auf unserer Ackerfläche mit anderen Studierenden frisches Gemüse für deinen nächsten Kochabend zu ernten. Nach solchen langen Tagen fragst du dich vielleicht, wie finde ich die Motivation jetzt noch etwas Schnelles und Gutes zu kochen? In unserem Online-Kochkurs kannst du einfache und leckere Gerichte ausprobieren und das Beste dabei, du entscheidest mit, was gekocht wird. Spaß, Freude am Kochen und Genuss stehen dabei im Vordergrund. Ob bei Campus-Aktionen, dem Universitäts-Sommerfest, der Uni-Sportwoche oder dem Yoga- und Musikfestival. Wir sind mit dabei und freuen uns dich kennenzulernen, dein Feedback zu hören und Ideen für eine gesunde Uni zu sammeln. Werde Teil unseres Teams und unterstütze uns mit deinen Stärken, ob als Praktikantin, Werkstudentin, als Gesundheitsbotschaftlerin oder Kursleiterin. Zusammen mit dir gestalten wir deine gesunde Studienzeit an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020